Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Football Manager für Einsteiger Video und heute beschäftigen wir uns damit, wie man Spieler bewertet. Ihr wisst das, im Football Manager gibt es keine Gesamtstärke wie im guten alten EA, möge er ruhen in Frieden, weshalb gerade Einsteiger oder Umsteiger manchmal ein bisschen verwirrt sind. Also woher weiß man jetzt, wie gut der Spieler ist? Und der Football Manager als Simulation der realen Fußballwelt hat darauf eine eigene Antwort gegeben, die sich eben an der Realität orientiert. Und welche das ist, sehen wir jetzt in diesem Video. Und ich bin jetzt hier in meinem Stream-Safe mit dem FC Liverpool. Wenn er auf Twitch noch nicht folgt, gerne einen Follow da lassen, der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich habe den Kader jetzt gewählt, weil der ein paar sehr interessante Persönlichkeiten hat, an denen man das durchexerzieren kann, wie man Spieler im Football Manager bewertet. Und also Punkt 1 ist, es gibt keine Gesamtstärke. Punkt 2 ist, es ist wie in der Realität. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, welcher Spieler ist der bessere Innenverteidiger? Mats Hummels, Jerome Boateng oder Niklas Süle? Dann wirst du da vielleicht eine klare Meinung zu haben, aber 5 andere Leute werden da vielleicht eine ebenso klare Meinung zu haben. Und dann am Ende werden wir wahrscheinlich auf den Punkt ankommen, dass das beide wohl alles ziemlich gute Innenverteidiger sind und wir wahrscheinlich gar nicht so genau die Checke von Fußball haben, um zu sagen, wer jetzt der Beste und wer so ist. Aber was wir feststellen werden, dass jeder von diesen drei Spielern andere Stärken, andere Schwächen hat und entsprechend so ist das auch im Football Manager abgebildet. Also es gibt so eine Art Ranking oder Bewertung, das sind diese Sterne, die euch schon an vielen Stellen begegnet sind. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier schauen, wir schauen uns jetzt mal unsere Innenverteidigung an, da haben wir einen riesen Innenverteidiger mit 4,5 Sternen beim FC Liverpool, also absolutes Weltklasse Niveau. Dann haben wir noch einen 3,5 Sternen Innenverteidiger, einen 3 Sternen Innenverteidiger und einen 2,5 Sternen Innenverteidiger. Würde man ja jetzt sagen, okay, der Mogi ist mit Abstand unser Bester, der ist sogar ein Stern besser als unser Zweitbester und der Koundé wiederum ist jetzt nochmal ein Stern besser als der Harwood Bellis. So, wenn wir jetzt nach den Sternen aufstellen würden, können wir erfolgreich sein, vielleicht aber auch nicht, denn diese Sterne sagen erstmal gar nichts darüber aus, was der Spieler kann. Also ist das jetzt und deshalb habe ich den Kader gewählt von Liverpool, weil das hier sehr, sehr deutlich wird. Also wenn wir jetzt Mogi unseren Besten mit Koundé, unserem Zweitbesten vergleichen, das machen wir einmal über die Vergleichsfunktion. Hier ist er mit Schluss Koundé. So, und dann sehen wir, ich hebe mal die Attribute für den Innenverteidiger hervor und dann sehen wir, dass der Mogi tatsächlich schon besser ist. Ja, also der ist in Deckung ein bisschen besser, Kopfballtechnik geht einen Punkt an Koundé, Tackling ist der Mogi wieder besser, Aggressivität und Antizipation geht an Koundé, Entscheidung gewinnt der Mogi klar, Konzentration, Mut, Ditto, Nervenstärke geht an Koundé, Stellungsspiel geht deutlich an Mogi. Und bei der Physis räumt der Mogi halt komplett ab, ja, 16 zu 13 Kraft und vor allem 17 zu 10 Sprunghöhe. Und das ist jetzt auch der Punkt, ja, wir sagen jetzt, okay, der Koundé ist unser zweitbester Innenverteidiger, der spielt immer, ja, und jetzt sehen wir aber, oh, der hat Sprunghöhe 10. Kann man machen, aber ihr müsst wissen, was das für ein Spiel ist, der auf dem Platz steht, welche Attribute der hat. Die Attribute sind das Entscheidende im Football Manager und das ist der Punkt, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, der Mogi ist unser bester Mann, der macht den Spielaufbau und jetzt wechsle ich mal auf die Attribute für den ballspielenden Verteidiger, dann seht ihr auf einmal, oh, 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 da sieht der Koundé jetzt auf einmal wie der klare Gewinner aus, der hat eine viel bessere Ballannahme, der hat vor allem eine doppelt so gute Technik, ja, hier Mogi mit einer, äh, untypisch für einen Brasilianer mit nur, mit 8 Punkten, ähm, Koundé hingegen mit einer 15, also der ist ja potenziell schon mal ein Spielmacher sogar, hier 15 Übersicht, ähm, 18 zu 15 Antizipation, ähm, also alles da, was man, was man braucht für die Rolle, um den Spielaufbau zu machen, hier passen auch mit 5 Punkten Unterschied, so, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, die ergänzen sich ziemlich gut, ja, der eine räumt alles ab in der Luft und der andere übernimmt den Spielaufbau, aber es ist, es ist eben so, du kannst jetzt nicht sagen, welcher von den beiden ist der bessere, der, aber man kann sagen, der eine ist besser für den einen Job gearbeitet, äh, geeignet, eben nach einer Ecke den Kopfball zu gewinnen oder die Flanken, die in den 16er segeln, herauszuköpfen und der andere aber deutlich, deutlich, deutlich besser für den anderen Job, also den Spielaufbau zu übernehmen, den Ball von hinten rauszuspielen, einen sauberen, einen sauberen Ballvortrag nach vorne zu gestalten, vielleicht auch mal mit dem Ball am Fuß ins Mittelfeld, ähm, zu gehen, wie, wie Mats Hummels das zum Beispiel macht, und da haben wir einen ziemlich, äh, ziemlich klaren Gewinner mit, mit Charles Koundé, das heißt, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, das ist aber der deutlich bessere Innenverteidiger, ja, aber eben für diesen einen Job, weil er dafür die Attribute hat, so, dazu kommt dann noch ein anderer Punkt, ähm, dass, ähm, also das eine sind die Sterne, das andere sind die Attribute, und das andere sind dann noch weitere Eigenschaften, die ein Spieler mitbringt, wie zum Beispiel seine Persönlichkeit, ähm, wie zum Beispiel, ganz wichtig, seine Konstanz, ja, ähm, Konstanz ist ein verstecktes Attribut, geht auch von 1 bis 20, wie alle anderen Attribute auch, und sagt so viel aus, wie, in wie viel, in wie vielen Spielen, die der Spieler auf dem Platz steht, ruft er seine volle Leistungsfähigkeit ab. Ein Spieler mit einer Konstanz von 1, wird in einem von 25 Spielen nur seine komplette Leistungsfähigkeit abrufen, das heißt, ihr habt jetzt hier euren 4,5-Sterne-Innenverteidiger, der aber unkonstant ist, dann wird er in den meisten Spielen nicht als 4,5-Sterne-Innenverteidiger auf dem Platz stehen, weil er dann einfach, weiß ich nicht, heute keine Lust hat, so. Ähm, wenn ihr hingegen einen sehr, sehr konstanten Spieler habt, dann, also der, ich sag mal Konstanz 20, dann hat er 20 Spiele von 25 Spielen, ist er mit seiner kompletten Fähigkeit auf dem Platz, mit allen seinen Attributen, wie ihr sie gesehen habt, sozusagen. Ähm, das heißt, bei den beiden ist das ja Gott sei Dank gegeben, ja, hier, er ist konstant, und er ist sogar sehr konstant, er ist noch intensiver, das Grün. Ähm, genauso lieben beide große Spiele, das ist auch sehr gut, ja, man kennt, man kennt die Klassiker, ähm, Misut Üzil wird das ja nachgesagt, dass er in großen Spielen immer abgetaucht ist, ja. Ähm, kann man im, im, im Detail dann auch lange drüber diskutieren, aber Fakt ist, es gibt solche Spieler und, ähm, auch das ist wichtig, ja, hier beide, wenn, wenn ein großes Spiel ansteht, dann werden die eher noch stärker als schlechter, ja. Dann, 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 dann gehen die darin voll auf wie ein, wie ein Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014. Ja, das ist große Spiele, so. Also, das heißt, ihr wollt nicht nur Spieler haben, die richtig gute Attribute haben, sondern ihr wollt auch Spiele haben, die diese Attribute permanent auf den Platz kriegen. Und dazu kommt dann eben noch als vierter Punkt, ähm, der mir persönlich extrem wichtig ist, die Persönlichkeit, ja. Ihr wollt professionelle Spiele haben, die an sich arbeiten, die, ähm, die, ähm, die, die eine, die eine gute Einstellung zu ihrem Job haben, die auf den Trainer hören, ähm, die, die einen vernünftigen Lebenswandel haben, ähm, und dazu gehört dann eben eine entsprechende Persönlichkeit, ja, relativ professionell ist in Ordnung, Belastbar ist auch gut, da wisst ihr, der, der knickt unter Druck nicht so schnell ein. Ähm, zum Thema Persönlichkeit werde ich in Zukunft noch was machen, weil das eben sehr, sehr wichtig ist, aber die entscheidenden Punkte sind im Prinzip erstmal Professionalität und Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit seht ihr hier im Profil, ähm, Professionalität, ähm, da müsst ihr ein bisschen gucken, was sie für Persönlichkeiten mitbringen, aber, ähm, so ein Musterprofi oder ein, ähm, Modellbürger oder professionell oder konsequent, solche Geschichten, das ist das, was ihr haben wollt. Ähm, wie immer im Leben muss man im FM, ähm, ja, den einen oder anderen Kompromiss finden und, ähm, jetzt sind wir zum Beispiel schon wieder bei unseren, bei unseren anderen Innenverteidigern angekommen, ähm, wenn wir jetzt mal den Harwood-Bellis zum Beispiel uns anschauen, der, der schwächste, ja, in zweieinhalb Sternen nur und vergleichen den mit Mogi, dann sehen wir, dass der Harwood-Bellis gar nicht so schlecht abschneidet, ja, also der ist physisch nicht viel schlechter als der Mogi, ja, der ist auch, er ist auch sehr, sehr gut in der Luft und am Boden, ja, hat auch eine gute Beweglichkeit, hat eine gute Grundschnelligkeit, ähm, mental ist er eigentlich auch in Ordnung, ja, also, ähm, Mogi trifft deutlich bessere Entscheidungen, ist mutiger und hat ein deutlich besseres Stellungsspiel, aber trotzdem ist der, ist der Harwood-Bellis schon mal, hat eine relativ gute Grundausstattung, ja, auch für Premier League-Niveau, ähm, und dazu kommt jetzt eben, dass er im, 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 bei, bei Tackling genau auf dem Level ist von Mogi, ähm, und bei der Technik auch wieder ein deutlich besserer Techniker, ein deutlich besserer Passspieler, ähm, also ihr seht, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir spielen jetzt gegen, gegen eine Mannschaft, die mit der Doppelspitze Peter Crouch und Jan Koller aufläuft, ähm, dann wollt ihr dann vielleicht den Kunde nicht hier haben, sondern sagt dann, okay, dann nehmen wir dann halt Mogi und Harwood-Bellis und der, der Harwood-Bellis kann dann in dem, in dem Fall dann einfach den Spielaufbau übernehmen, ja, also auch hier, egal ob der zwei Sterne hat oder vier Sterne hat, ihr wollt einfach den richtigen Mann für den richtigen Job haben, ähm, und ihr könnt den besten Spieler der Welt haben, Lionel Messi, äh, wenn er den als, weiß ich nicht, Kopfhölz-Spezialisten einsetzen wollt, dann, ähm, wird er dann auch nicht so happy sein, ähm, genau. Zu den Sternen nochmal kurz, ähm, das könnte man ja so als Gesamtstärke fehlinterpretieren, ähm, aber wichtig ist zu wissen bei den Sternen, das ist eben eine Einschätzung eurer Mitarbeiter und ihr dann eben genau das, wenn ich dich frage, Hummels, Boateng, Süle, wer auch immer, ja, wer ist besser, verteile deine Sterne und genauso ist das deine Einschätzung, das ist die Einschätzung deiner Mitarbeiter und deine Mitarbeiter haben eine Fähigkeit dafür, Beurteilung, Fähigkeit, Beurteilung, Potenzial, wenn du im Spielerprofil auf dem Assistenztrainerbericht bist, wird die oben auch angezeigt, wie gut der Spieler das, äh, wie gut der Trainer das macht, das Einschätzen und dann kannst du deinen kompletten Trainer stark einmal befragen, was sie denn zu dem Spieler sagen und ich wechsle jetzt mal im Minion 19, weil das dann ein bisschen frappierender ist und gehe mal auf den guten Livestreams zum Beispiel, ähm, und da sehen wir jetzt hier, also der ist gerade verliehen, das ist schlecht, ähm, gehen wir auf den guten Luke Storm, so, ähm, und da sehen wir jetzt zum Beispiel erstmal, dass der Ducoyt, ja, der gibt ihm drei bis vier Sterne Potenzial, anderthalb Sterne derzeitige Fähigkeit und dann fragen wir doch einfach mal den, äh, Fitnesstrainer hier, oder er sagt, oh, der hat vier Sterne Potenzial, vielleicht sogar fünf, ja, aber ihr seht dann hier oben rechts in der Ecke, der Kollege Jack Eight hat aber auch nur vier Fähigkeiten und vier Potenzialbewertung, also ist ein Kollege, ähm, auf dessen Einschätzung man vielleicht nicht allzu viel geben sollte, ja, in dem Bereich, ähm, halten wir uns an unseren, äh, Spezialisten Philipp Lauchs, der mit 19 und 18 hier oben, dann sehen wir, okay, es will wohl eher drei bis vier Sterne Potenzial sein. Also, konsultiert eure Mitarbeiter, das hilft schon mal ganz gut, ähm, gerade auch bei Neuzugängen, wenn die Scouts dann sagen, ja, hier, er bewegt sich in dem und dem Bereich, ist eine gute erste Orientierung, aber wenn ihr dann am Ende an die Mannschaftsausstellung geht, ähm, dann kommt's eben drauf an, ja, jetzt haben wir den Salibar noch, der ist im Prinzip die Metamorphose oder die, ne, nicht Metamorphose, die Symbiose, ja, wieder Buchstabensuppe gegessen heute Morgen, ähm, die Symbiose aus allen Kandidaten, ja, der ist, der ist groß, ungewaltig, ähm, aber ist aber auch schnell, ja, 14, 15, Antritt und Schnelligkeit, ähm, hat dazu eine Übersicht von 13, Passspiel von 13, Ballernahme von 13, also der ist sozusagen, äh, die eierlegende Wollmilchsau, dann in den einzelnen, in den einzelnen Fähigkeiten dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen schlechter als ein, als ein, als ein Mogi, der dann halt nochmal hier, weiß ich nicht, im Stellungsspiel nochmal eine ganze Ecke besser ist oder in der Entscheidung eine ganze Ecke besser ist, im Tackling nochmal deutlich besser ist, ja, im Deckungsspiel auch, aber eben Salibar, der kann sowohl in der Luft abräumen, am Boden abräumen, als auch dann den Spielaufbau übernehmen, so, hat dann aber nur, in Anführungszeichen, drei Sterne, ähm, und das ist dann der nächste Punkt, ja, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier den Harwood Bellis und den Salibar zum Beispiel, ähm, und wer ist denn jetzt da der Bessere und dann sehen wir, okay, so der, die blaue Tendenz geht so rüber zu Salibar, wenn wir uns genau angucken, okay, ähm, Harwood Bellis ist dafür der deutlich bessere Tackler, ähm, aber, und das ist dann am Ende auch wieder eine Fußballweisheit, ja, ähm, entscheidend ist auf dem Platz und da gibt's dann eben noch die Möglichkeit, sich die Statistiken anzusehen und da sieht auf einmal der Vorteil liegt dann auf einmal auf der Seite von Harwood Bellis, ähm, wenn wir jetzt im Detail reingucken, dann sehen wir auch, okay, ähm, Will Salibar hat ein bisschen mehr Tacklings gewonnen, Harwood Bellis hat eine gleich bessere Tacklingquote, also am Ende ist das dann auch wieder so relativ ausgeglichen, weil die Schüsse aufs Tor interessieren jetzt eigentlich relativ wenig bei einem Mündverteidiger und die Tore pro 90 Minuten, ähm, aber eben interessant ist, dass die Durchschnittswertung dann doch deutlich, 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 ähm, für Harwood Bellis spricht. Und das kommt dann eben dazu, ja, Form ist eben auch ein Faktor, äh, manchmal hat man einen Spieler, den man deutlich besser findet als den anderen, aber der bringt seine PS einfach nicht auf die Straße und dann, äh, ist das dann gut, wenn man noch einen Harwood Bellis dabei hat, der insgesamt einfach einen richtig guten Job macht und, äh, den wir hier aus der zweiten Liga geholt haben vom Aufsteiger Brighton für 40 Millionen und der hier letzte Saison eine ganz, ganz, ganz solide Runde gespielt hat in dieser Saison auch, ähm, sehr, sehr stabil unterwegs ist und das ist einfach, das sind so Leute, die braucht man in der Mannschaft, sondern so, als, 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 ja, also Rückhalt, ähm, die dann einfach schön Gas geben. So, Freund der Sonne, wenn ihr euch zum Thema, ähm, Sterne noch ein bisschen weiter informieren wollt, habe ich auf fm2erkette.de einen sehr umfangreichen Guide zu dem Thema verfasst, ähm, Sterne und Kreise im Football Manager und warum die sie meistens ignorieren sollte, das heißt, der leicht provokante Titel, ähm, aber da geht's eben genau darum, ähm, sind mehr Sterne besser? Wenn ihr das Video bis jetzt gesehen habt, wisst ihr nicht unbedingt, es geht darum, ähm, welcher Spieler welchen Job macht, ähm, wie funktioniert das überhaupt, ja, wie funktionieren aktuelle und potenzielle Fähigkeit, ähm, und dann eben noch was zu den, zu den Rollen, äh, Bewertungen, zu den Kreisen, ja, die man auch im Spielerprofil sieht. Ähm, wenn ihr euch das durchlesst, dann, dann wisst ihr alles, äh, was ihr zu dem Thema Sterne und Kreise im Football Manager, ähm, wissen müsst. Ähm, ich hoffe nach diesem Video wisst ihr jetzt auch alles, was ihr zum Thema, wie bewerte ich meine Spieler, ähm, wissen müsst. Eine Sache noch vielleicht, ähm, weil die Frage öfter kommt, äh, woher weiß ich denn jetzt, was ein gutes Attribut ist, ja, woher weiß ich denn das? Also zum einen, was ich immer gerne nutze, ist halt dieses Vergleichsding, weil dann sehe ich einfach, okay, ähm, das sind beides gute Spieler, ja, die haben bei mir eine gute Sterne-Bewertung schon mal, also ich weiß, die sind auf jeden Fall vernünftig per se und dann sehe ich einfach, wo seine Stärken und Schwächen liegen, aber ansonsten, wenn du nur ein bisschen einen globaleren Maßstab, ähm, haben willst, kannst du hier auf den, im Teambericht unter Vergleich gehen und dann kannst du dir hier zum Beispiel die physischen Attribute anzeigen lassen und dann siehst du deinen Schnitt, ja, also 15,5 hier bei, was haben wir, Balance, ähm, und siehst dann unten eben auch, dass du damit auf der zweiten Position in der Premier League bist und dass, ähm, Chelsea da einen Durchschnittswert von 5,68 hat und der Durchschnitt über die komplette Liga bei 13,96 liegt, ja, ihr seht das unten in der Mitte, also, ähm, der durchschnittliche Premier League-Spieler hat eine Balance von 14, ähm, der durchschnittliche Premier League-Spieler hat ein, hat eine Ballannahme von 12,89, so, das heißt, wenn du dir jetzt deine Spiele anguckst, ähm, jetzt sehen wir mal den Philipp Bönig, der neu in der Premier League ist und siehst du, okay, der hat eine Ballannahme von 15, also überdurchschnittlich, ja, ähm, das, das wäre so als grobe Orientierung, aber wie gesagt, dein Team ist an sich da auch meistens schon ein relativ guter Maßstab, ohne das zu erkennen. Ich hoffe, äh, ich hab dir ein paar Tipps an die Hand geben können, wie du deine Spieler im Football Manager bewertest, wichtig ist eben, du musst wissen, was du für einen Job von dem Spieler sehen willst und dann musst du eben gucken, ob das der Spieler ist, der den Job machen kann. Die Sterne sind trotzdem eine sehr, sehr gute erste Orientierung, ähm, aber eben der Klassiker, ja, deshalb hab ich Innenverteidiger gewählt, ja, dann hast du so einen abgebrochenen Meter, ja, und willst ihn ins Kopffeldwelle schicken, vielleicht schulst du dir dann lieber auf die Innenverteidiger, ähm, ins zentrale Mittelfeld um oder sowas. Oder eben auch wie der Mugi, ja, ein riesen Innenverteidiger, wirklich defensiv bombensolide, ähm, aber hat halt nur Technik 8 und Ballannahme wenig und passen kann er auch ein bisschen, aber nicht so richtig, ähm, auf Weltklasse-Niveau. So, das heißt, das wird jetzt keiner sein, dem du den Spielaufbau übertragen willst. Also, ich hoffe, du hast was mitgenommen. Wenn du noch Fragen hast zu dem ganzen Themenkomplex, immer gerne in die Kommentare, dann greife ich das auf. Ich beantworte immer alle Kommentare eigentlich. Ähm, ansonsten komm auf unseren Discord, da werden deine Fragen auf jeden Fall beantwortet. Da sind, äh, weit über 800 Leute mittlerweile auf dem Server unterwegs, die FM verrückt sind, äh, Link dazu ist auch in der Beschreibung. Und, ähm, ja, ansonsten auch greife ich die Sachen auch sowieso immer mal fürs nächste Video auf. In diesem Sinne hoffe ich, du hast was gelernt und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Musik